Noch im Frühjahr 2018 kannte jeder fleißige Germanys Mixed Topmodel Zuschauer den Namen Viktoria Pavlas, 20. Die damalige Kandidatin machte vor allem durch ihre ständigen Streitereien mit Ex-Pri FF zu dieser IP von sich reden. Während man ihre Show-Kolleginnen immer wieder bei Events oder auf Catwalks antrifft, macht sich Viktoria da eher rar. Hätte sie ihre Teilnahme an der Casting-Show etwa besser nutzen können, im Interview mit Promiflash findet ihre einstige Staffel-Kollegin Sally Haast, 18. Ich habe jetzt von Viktoria noch nicht gehört, dass sie sich wirklich etwas aufgebaut hat oder halt jetzt weh gemacht hat. Von ihren anderen Ex-Mitstreiterinnen habe sie zwischendurch immer etwas mitbekommen, anders als bei Viktoria. Auch einfach, weil es mich nicht interessiert hat, betont die Wahl-Berlinerin. Ihre Wege hätten sich nach der Sendung eben getrennt. Bei Sally selbst sieht das ganz anders aus. Auf Fashion-Veranstaltungen ist die Rothaarige ein gern gesehener Gast und auch in Bezug auf ihre Mobilkarriere kann sie zahlreiche Erfolge verbuchen. Immer wieder bietet sie ihren Followern auf ihren Social-Media-Kanälen Einblicke in ihren Alltag inklusive Shoot-Ins und Co.